Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Hardware Deal 2500 Nvidia Edition für 2499 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von ClayEU in unserem Video-Vorschläge-Kanal. Der hat noch dabei geschrieben, mal ein anderer Preis. Was er damit jetzt meint, weiß ich nicht, wir werden es aber sehen. Starten wir erstmal mit dem Bild. Jo, ist das Gehäusebild. Kennt man mittlerweile von Dubaro, die zeigen kaum Systeme, wo irgendwas verbaut ist. Das passt soweit schon. Der Prozessor ist ein Intel i7-14700KF. Der hat 20 Kern und 28 Threads, 125 Watt TDP, allerdings 253 im Turbo. Das Ding kann sich ungedrosselt auch über 300 reinpfeifen. Deswegen macht am besten die Limitierung im BIOS rein, weil das wird sonst mit der Wasserkühlung auch ein bisschen knapp. Und der unterstützt offiziell DDR4-3200MTS oder DDR5-5600MTS könnt ihr ganz easy mit 6.000, 6.200, 6.400 laufen lassen. Überhaupt kein Thema im DDR5-Segment. Die wenigsten von euch werden diesen Prozessor brauchen, weil das ist eher so eine Rechenmaschine dann für Videorendering und so weiter. Für Stream ist der auch ganz geil, klare Sache. Der normale Gamer, der kommt auch mit einem schwächeren Prozessor aus. Aber wer sich natürlich denkt, ich möchte nebenbei vielleicht sogar noch mit Blender arbeiten oder so, ja bitte, dann nehmt es so hin. Passt. Danach kommt nur noch der 14.900er, beziehungsweise dann gibt es ja noch irgendwie einen KS, der mehr oder weniger ein 13.900k KS ist oder irgendwie. Roman hat das so gesagt, der Bauer. Deswegen, also der 14.7er, der ist dann schon gut gewählt, wenn ihr wirklich Performance braucht. Und der kostet 404,99€ bei Ebay über TrendIT. Der CPU-Kühler ist eine Enderfy Navis F360a RGB. Die hatte ich selber auch schon im Test, das ist eine gute Wasserkühlung. Das ist jetzt kein High-End-Produkt mit Display oder so, sondern eine stinknormale 360er mit ein bisschen RGB-Beleuchtung, passt auch gut zum Gehäuse, ist auch von Enderfy, hat circa die gleichen Lüfter, das heißt, das Design ist auf jeden Fall schon mal stimmig. Und nein, die schafft es nicht, die über 300 Watt vom Prozessor wegzukühlen. Deswegen limitiert ihn, wirklich. Die wird dann sowieso nur unnötig laut und der Prozessor limitiert sich selber und das ist dann alles blöd. Und die kostet 116,94€ bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro Z790P WiFi DDR5. Ich persönlich finde, wenn man so einen potenten Prozessor verbaut, sollte man ein etwas besseres Board nehmen. Es wird funktionieren, klare Sache. Aber die Spannungswandler, ja, die kommen nicht an ihre Grenzen, aber die werden auf jeden Fall gut warm. Man sieht hier eine Spannungsversorgung der CPU von 14x55 Ampere. Ja, das funktioniert, klare Sache. Aber zum Beispiel so ein Gigabyte Aorus Pro oder so, die haben deutlich bessere Spannungsversorgung und kosten gerade mal 100€ mehr. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann ein SSD verbaut werden. Hier unten noch drei weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Diesen kleinen Slot werdet ihr nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das womöglich überdeckt. Und dann haben wir noch diese beiden Erweiterungsslots für eine Capture-Card und so. Kennt ihr ja. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, Netzwerkanschluss USB 3.1 Typ A, USB Typ C ist mit dabei, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0. Die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier sowieso nicht benutzen. Es ist ja ein KF-Prozessor. Das F bedeutet, ihr habt keine integrierte Grafikeinheit. Dann haben wir noch einen PS2-Anschluss. Werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Und dann ist das hier wahrscheinlich noch so ein Flash-Bios-Button. Das Board an sich ist soweit dann schon okay. Man sieht zum Beispiel auch eine Begrenzung beim DDR5 7000, da ist da Maximum. Also es gibt bessere Boards. Man kann es aber nehmen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Micro-ATX-Scheiß-Board. Ihr kennt ja meine Aussprache, was das angeht. Es ist okay. Und das kostet 199,22 Euro bei csvdirekt.de. Die Grafikkarte ist eine 16 GB Nvidia RTX 4080 Super. Beliebiger Hersteller, da nehmen wir wie immer das günstigste Modell. Wird nicht montiert geliefert. Ich meine, guckt euch so einen Beispielbrecher an. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht genau das Produkt genommen, sondern halt das günstigste. Das kann ja auch eine andere reinwandern. Transportschäden, DHL spielt da mit Fußball oder UPS oder wie sie alle heißen. Ich will sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die verbauen halt die Grafikkarten nicht, weil das das Bauteil ist, was am ehesten kaputt geht. Ihr braucht die hinterher nur noch einstecken, festschrauben, die Kabel liegen im Gehäuse schon bereit, dann passt das. Wir haben jetzt in dem Fall die von Gigabyte, die RTX 4080 Super Winforce V2 16 GB für WQHD und 4K Gaming super geeignet. Klare Sache. Natürlich, es gibt noch die 4090, wer ein bisschen mehr Leistung möchte. Die 4080 sollte eigentlich für jeden Dicke reichen. Den FPS-Dest dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 1091,51 Euro bei Ebay über Notebooks billiger. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 GB, Dual Channel, DDR5, AMD, Intel 6000 MTS, Kingston Fury Beast. Also erstmal ist es der ohne Beleuchtung, sagt der Name ja schon aus. Und das zweite ist, dass es CL36 RAM sieht man im Konfigurator von Dubaro. Kleiner Tipp am Rande, habe ich auch letztes Mal bei dem Video schon gesagt, für 19,90 Euro kriegt ihr CL30 Speicher. Macht es einfach. Weil die 20 Euro kann man ruhig noch investieren bei so einem Preis. Ich habe den hier jetzt auch rausgesucht, 32 GB, ja, ist normal, 6000 über der Spezifikation von Intel. Ja, und die CL36? Ihr streitet euch in meinen Kommentaren. Macht damit, was ihr wollt. Ich persönlich würde die 19,90 Euro investieren und CL30 Speicher nehmen. Wenn ihr damit aber cool seid, okay, nehmt ihn ruhig so, ist jetzt kein grober Schnitzer. Und der kostet 115,90 Euro bei Alza.de. Die Festplatte ist eine 2 TB WD Blue SN580 M.2, PCI Express 4.0, bla 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 bla. Leserate 4.150 MB die Sekunde, genauso wie die Schreibrate. Das wäre dann diese hier. 2 TB finde ich persönlich in dem Preisbereich ist in Ordnung. Wenn ihr mehr braucht, packt halt mehr rein. Die Lese- und Schreibraten, ja, das ist so ein Mittelding. Das ist nicht die schnellste mit 7000, auch nicht die langsamste mit 1000. Ist wirklich so ein mittlerer Bereich und für den normalen Gamer wird das locker reichen. Qualitativ ist sicher auch okay, hat TLC Speicher und ab dafür. Und die kostet 114,89 Euro bei Mine Factory. Das Netzteil ist ein 1000 Watt MSI MPG A1000G 80 plus Gold, ATX 3.0, PCI Express 5. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. 1000 Watt ist schon eine Menge. Aber wenn man den Prozessor ungebendig laufen lässt, sagen wir mal 350 Watt. Und die Grafikkarte knallt sich auch 350 Watt rein, seid ihr schon bei 700. Da würde ein 850er theoretisch noch reichen. Klar, ihr habt noch ein bisschen Beleuchtung, das frisst aber nicht allzu viel. Das 1000er ist nett gemeint. Das bringt auch schon den neuen Stecker mit und so. Kann ich überhaupt nicht meckern, macht das ruhig so. Mal ganz davon ab, dass es sowieso unrealistisch ist, wenn ihr nicht irgendwelche Benchmark-Szenarien macht, dass die Grafikkarte und der Prozessor gleichzeitig voll ausgelastet sind. Und das kostet 156,80 Euro bei Amazon. Das Gehäuse ist ein Enderfy ARC 700 ARGB mit Glasfenster. Haben wir auch schon tausendmal gesehen. Hatte ich schon einen Test zugemacht, findet ihr auf meinem Kanal. Bringt eine Meshfront mit, hat 3x 140mm und 140mm Lüfter im Heck. Also insgesamt 4 Lüfter RGB beleuchtet, genauso wie die Wasserkühlung. Da habt ihr halt einmal alles in einem Design. Das ist schon riesig, das Case. Jeder, der das das erste Mal sieht, denkt sich so, alter, was ist das denn? Aber ich finde es gut. Der Airflow ist gegeben, alles in Ordnung. Und das kostet 118,50 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei. Service war ja Garantie. Da kriegt ihr halt nur einen Retourenschein. Ihr müsst das Ding selber zur Post bringen oder euren Postboten in die Hand drücken, falls ihr ihn zufällig seht. Der kommt jetzt nicht, klingelt und holt das ab. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2330,79 Euro. Und das System kostet 2499 Euro. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von bummelig 170 Euro. Ich weiß nicht, was der Kollege meinte im Discord mal ein anderer Preis. Vielleicht dachte er, ich mache zu viele 1500 Euro PCs, wollte mal wieder was Teures sehen. Ja, das können wir ja machen. Aber 170 Euro sind gerechtfertigt. Weil Mindfactory zum Beispiel nimmt fürs Zusammenbauen 190. Alternate auch so um den Dreh. Deswegen finde ich 170 fürs Zusammenbauen schon gut. Und auch hier natürlich suche ich jetzt keine Alternative raus. Weil es ist einfach ein faires Angebot und es wäre unfair, jetzt irgendwas rauszupoolen. Natürlich gibt es Sonderangebote. Wenn ihr einen Zap schreibt, ist es in die Kommentare. Ohne Link. Einfach nur den Namen. Ich suche mir das dann selber raus. Ich finde es aber gerechtfertigt. Kann man machen. Wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, ich will mir einen 2500 Euro PC holen, würde ich mir überlegen, den Prozessor ein bisschen schwächer zu wählen. Dafür ein besseres Board zu nehmen oder so. Oder vielleicht ein bisschen mehr Speicher mit dem besseren RAM für die 20 Euro. Weil 14.700 kf, der ist schon stark. Und fürs reine Zocken braucht ihr einfach nicht. Aber ja, das wäre es soweit auch wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.